Hallo, schön, dass du wieder da bist. Du hast es bis zum Mastery Video geschafft. Also kennst du dich mit Rabatt und Skonto bestimmt schon aus. Das ist gut, denn Felis Bruder Mario braucht dringend eure Hilfe. Mario geht nicht ganz so gerne shoppen wie Feli. Vor allem Kleidung einkaufen mag er gar nicht. Doch seine Eltern hatten eine Idee, wie sie ihn doch dazu bringen konnten. Feli, ich habe ein Problem. Mama und Papa haben gesagt, dass sie mir den Betrag, den ich beim Shoppen gespart habe, zurückgeben. Ich habe mir jedoch nur die Prozentsätze gemerkt, aber nicht, wie viel der Preisunterschied ausgemacht hat. Du weißt doch noch, wie man das berechnet. Kannst du mir bitte helfen? Naja, ich bin ja eine nette Schwester. Also helfe ich dir. Was hast du denn alles gekauft und wie viel Prozent Ersparnis hattest du auf die einzelnen Artikel? Zuerst habe ich ein T-Shirt gekauft. Das hat zum Originalpreis 20 Euro gekostet. Und ich habe 10% Rabatt bekommen. Ok, also müssen wir den Prozentwert berechnen. Kannst du Feli helfen? Klicke auf Pause und versuche die Rechnung zuerst alleine zu lösen. Die Formel zur Berechnung des Prozentwertes lautet W ist gleich G mal P durch 100. G ist in deinem Fall 20. Und der Wert von P lautet 10. Wenn man diese Werte in die Formel einsetzt, erhält man die Rechnung W ist gleich 20 mal 10 durch 100. Das Ergebnis lautet dann W ist gleich 2. Du hast bei dem T-Shirt also 2 Euro gespart. Danke. Das ist zwar nicht super viel, aber wie sagt man so schön, wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Als nächstes habe ich mir eine Jeans gekauft. Ich weiß noch, dass ich darauf 30% Rabatt bekommen und 60 Euro bezahlt habe. Leider konnte ich mir jedoch nicht merken, wie viel die Hose ursprünglich gekostet hat. Kennst du dich damit auch aus? Natürlich kenne ich mich auch damit aus. Ich habe ja in der Schule gut aufgepasst. Hast auch du gut aufgepasst? Löse das Beispiel zuerst selbst. Klicke dazu wieder auf Pause. In diesem Fall müssen wir zuerst den Grundwert berechnen und anschließend den rabattierten Preis davon abziehen. Also setzen wir das Gegebene in die Formel zur Berechnung des Grundwertes ein. G ist gleich W durch P mal 100. Da die bezahlten 60 Euro bereits der um 30% reduzierte Preis sind, wissen wir, dass diese 70% des Grundwertes ausmachen. Daher müssen wir für P den Wert 70 nicht 30 einsetzen. In die Formel eingesetzt sieht die Rechnung folgendermaßen aus. G ist gleich 60 durch 70 mal 100. Das Ergebnis lautet dann rund 85,7. Die Hose hat also ursprünglich 85,70 Euro gekostet. Wenn du davon noch 60, also den bezahlten Preis, abziehst, erhältst du 25,7. Der Wert des Rabatts beträgt also 25,70 Euro. Danke Feli! Da springt schon mehr für mich raus. Mit dem Rabatt habe ich das T-Shirt schon locker wieder abbezahlt. Zum Schluss habe ich mir noch einen Fernseher für mein Zimmer gekauft. Endlich hatte ich genug Geld, um mir den, den ich wollte, leisten zu können. Der Fernseher hat ursprünglich 650 Euro gekostet. Und weil ich bar bezahlt habe, konnte ich den Preis sogar noch um 3% Skonto vermindern. Das ist wieder eine leichte Rechnung. Klicke noch einmal auf Pause und löse die Rechnung selbstständig. Wir gehen wieder genau so vor wie beim T-Shirt. Der Grundwert g beträgt diesmal 650 Euro und der Prozentsatz beträgt 3%. Also setzen wir erneut in die Formel zur Berechnung des Prozentwertes ein. Dann erhalten wir W ist gleich 650 mal 3 durch 100. Das Ergebnis lautet 19,5. Du hast also 19,50 Euro gespart. Danke Feli für deine großartige Hilfe! Insgesamt habe ich also einmal 2, einmal 25,7 und einmal 19,5 Euro gespart. Das sind insgesamt 47,20 Euro. Vielleicht sind Mama und Papa ja so nett und runden auf 50 Euro auf. Wenn du bis zum Schluss alles verstanden hast und du auch selbst auf die richtigen Ergebnisse gekommen bist, solltest du keine Probleme mehr beim Berechnen von Rabatt und Skonto haben. Du hast in diesem Video gelernt, wie man sowohl einen Preisnachlass vom ursprünglichen als auch vom vergünstigten Preis berechnet. Sollte dir doch noch etwas unklar sein, kannst du dir die Videos ja jederzeit nochmal ansehen und dir das herausnehmen, was du brauchst. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und wünsche dir viel Spaß beim Rechnen. Bis zum nächsten Mal bei Mathematik macht Freude Freunde!